Grüß Sie, aber es ist Zeit. Die Zeit von 16.02 haben die Mahler bekommen in die Nummer 40 in April, das war die Nummer 84. Und dann die Zeit von 50.20 aus dem Nübelhindernitz, das ist die letzte Nummer 3. Von der anderen Öl, die 50.20 können die Nummer 85 nicht schälen. Das stimmt. Das stimmt. Hop, 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 hop! Hey, hey, hey!